Hi Leute, ich wollte euch nur so ein ganz kurzes Update geben. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, gibt es auf diesem Kanal hier eigentlich fast gar keine Videos mehr. Um genau zu sein, überhaupt keine mehr. Das liegt daran, dass ich einen neuen Kanal habe, der nennt sich Technik Lady, ganz einfach. Der ist hier verlinkt, der ist auch nochmal da unten verlinkt. Wenn ihr also weiterhin Videos von mir haben möchtet, dann müsst ihr bitte dorthin gucken. Hier werde ich wahrscheinlich keine Videos mehr hochladen. Ich weiß jedenfalls im Moment nicht, ob und ob welche und überhaupt und sowieso. Der Kanal bleibt natürlich offen, sodass ihr alle Videos trotzdem noch angucken könnt. Aber neue Videos gibt es dann eben nur noch bei der Technik Lady. Ja, das war es auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich vielleicht auf dem neuen Kanal. Ciao!